Ja, du bist heute mal wieder sehr fleißig, liebe Sonne. Und verflixt. Die Hans-Moll-Wulf-Produktion präsentiert vom Fußball getroffen. Der Wettbewerb ist zu Ende. Gib diesem Mann dann die 10.000 Dollar. Ich hab gedacht, du wärst tot. Und ich hab gedacht, du wärst tot. Ach, es ist doch zum Mäuse melken. Ist denn niemand auf diesem verfluchten Frito für tot? Ich will hier nicht viel Aufhebens machen, aber dass Sie zufällig davon reden. Geben Sie mir den Lappen. Mr. Burns... ...gedeichten Hilfeteil. Juhu! Hey Freunde, wenn ihr Burns um einen Gefallen bitten wollt, solltet ihr euch beeilen. Entweder steht er unter Drogen oder er liegt... Ich hätte gern 17 Dollar für das Wiederaufposten meines Gärbesens. Hey, du bist doch der lustige Fernsehkobold. Möchtest du in deine Cornflakes ein paar Fruit Loops? Oh nein, mein Gehirn! Oh nein, mein Gehirn! Das ist nur eine Form von Gasentweichung. Yeah! Würde... Dann ist später, Impfstoffvertreter! Er kann davonlaufen, aber niemand entkommt der Nadel. Charlene, canceln Sie alle Termine! Aber ich brauche diese Niere jetzt! Werden wir wohl nicht mit dem Fahrrad durch Italien fahren? Schlimmer als der 80-Jährige, der sich als Anfänger ausgegeben hat. Ich habe nur einen Platz gesucht, um mich mal hinzusetzen. Langweilig! Wenn ich sage, ich stelle dein Bier auf den Bierdeckel, dann meine ich das auch! Das nimmst du ein Messer? Das hier ist ein Messer! Schon gehe ich zum Boden! Zwei anstrengende Wochen. Aber ihr Sohn ist geheilt. Oh! Hm? Mum, Dad, ihr habt mir so gefehlt! Oh! Homer, das ist Hans Maulwurf! Darf ich ihn trotzdem behalten? Ja! Das Schlimmste ist, was dir heute passiert, kannst du dich als Glückspilz bezeichnen! Ist es wirklich erlaubt, Insassen eines Provinzgefängnisses hinzurichten? Von jetzt an bitte nicht mehr reden! Ich reagiere! Traumhochzeit vereitelt durch Einmischung von Hausfrauen! Du meine Güte, ich war so unfair zu Becky! Vielleicht bin ich wirklich verrückt! Immerhin führe ich jetzt schon selbst Gespräche! Ach ja? Und ich hab schon gedacht, ich hätte einen Gesprächspartner gefunden! Wahnsinn! Sieht aus, als ob ein Cadillac in das Gebäude gerast wäre! Hilfe! Ach, endlich Freitag! Hallo! Hallo! Es ist ein absolutes Wunder! Das war meine letzte Leuchtkugel! Hoffentlich kommt bald jemand! Ach, was für ein Glück! Rätungshunde! Mein Name ist Hans! Der Suff hat mein Leben ruiniert! Und ich bin erst 31 Jahre alt! Ende! Fassung für Senioren! Oh! Das ist wie ein wunderschönes Ende! Bezaubert! Die besten Stellen haben Sie rausgeschnitten! Hat in diesem Film nicht irgendein Krieg stattgefunden? Komm mit, wir haben dich gewarnt!